So, ich melde mich mal wieder zurück nach einer Belangzeit und zwar, ich wollte eine Aktion starten, Aktion heißt, ich verkaufe meine Raritätenbälle, 6er Pack für 5 Euro, ist wirklich nicht teuer und zwar, hier haben wir zum Beispiel eine China-Bälle A von Faisal mit dem Waldcover, kostet Einzelpreis 4 Euro, sowie China-Bälle B von Komet mit dem Punkt unten, kostet auch 3, 4 Euro und ich verkaufe 5, Sorry, 6 Päckchen für nur 5 Euro, eines kann ich euch versprechen, dass China-Bälle A von Faisal mit dem Waldcover immer dabei sein wird, aber in den anderen 5 Sorten werde ich Zufall rausziehen und dann zusammenstellen, ja, was ihr alles tun müsst, ihr müsst euch bei mir privat melden, wenn ihr was wollt oder unter diesem Video Kommentare reinschreiben und dann werde ich mir die natürlich aussuchen, das ist hier mein vorletztes Video, im letzten Video werde ich dann erwähnen, wer was bekommt, Also ich kann mit Sicherheit nicht für hunderte Leute was zusammenstellen, denn so viele Sachen habe ich natürlich nicht und ja, wie ihr wisst, bei den anderen Online-Shops ist einzeln extrem teuer, wenn ihr 6 Päckchen einzeln kauft, kommt ihr mehr als 20 Euro Und dachte ich mir mal, ich mache für 5 Euro eine schöne Aktion, ich hoffe, das wird euch gefallen, viel Spaß schon bei euch mit dem Video, dann sehen wir uns dann im letzten Video, mit dem ich die Leute erwähne, die was bekommen, viel Spaß!